Es ist fantastisch. Du hast uns doch beten. Ich danke dir für die Scheinheit. Ich danke dir für die Scheinheit. Du bist nur für uns. Und du hast Jesus geschickt auf diese Welt. Uns loszutöpfen. Dass wir können für sinnlos werden. Dass wir können nur die drehen. Dass wir können kennenlernen, für was du uns gemerkt hast. Denn wer wie sind an Christus von Jesus, der uns gerne wohnt. Jesus, ich sage dir Dankeschön, dass du zu dem Himmel furchst. Und dass du nicht anstehst vor uns. Ich glaube dir. Ich danke dir. Ich presse dir dafür. Halleluja. Dankeschön, Jesus. Amen.